Ein sich drehender Wolkenkratzer, der sich über Solarzellen auch noch selbst mit Strom versorgt, so stellt sich ein Architekt aus Florenz. Das Wohnen der Zukunft vor, das in New York vorgestellte Hochhaus, ändert ständig seine Form. Die vorgefertigten Wohnungen werden an einem innenliegenden Gerüst befestigt und können sich zum Beispiel stets nach der Sonne ausrichten. Den ersten sogenannten Rotating Tower will der Architekt bis 2010 in Dubai bauen.